Musik Ciao Amici, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, ihr werdet diesem Kürbis-Röste-Rezept genauso viel Freude haben wie ich beim Machen und Essen. Merci, dass ihr da seid und viel Freude! Ich habe hier ein wenig frische Herdöpfel. Die waren vor zwei Wochen unter dem Boden. Es sind wirklich neue Herdöpfel, die habe ich gut gewaschen. Sie können mit der Schale gebraucht werden, denn ihr wisst ja, in der Schale steckt meistens der gesündeste Anteil des ganzen Gemüses. Dann habe ich hier Butternuss-Kürbis, etwa ein Viertel von meiner ganzen Butternuss. Ich habe ein wenig rote Zibelen, eine Schalotte, gehackte Peterli, zwei Eier, Salz und Pfeffer, Paprika, Olivenöl, ein wenig Hausalzmehl, und vielleicht brauche ich auch noch ein wenig Cayenne Pfeffer und Curry, aber das schaue ich dann auch. Wir fangen an mit dem schönsten Teil vom Ganzen. Ich lasse nämlich die Zibelen, die Herdöpfel und den Kürbis durch die Rösti-Raffeln durch. Man kann das mit einer ganz normalen Rösti-Raffeln machen. Wer eine Küchenmaschine hat, der schonet sich ein wenig, wenn ihr Trommel-Reibe braucht dazu. Das mache ich jetzt auch. Das geht ganz schnell. So, jetzt habe ich hier die graffelte Zibelen, den Kürbis und die Herdöpfel. Ich gebe jetzt hier die Hälfte von Peterli dazu. Jetzt tue ich das Ganze kräftig würzen. Ich schlage noch ein Ei dazu. Ja, dann muss ich zwei. Ich gebe noch ein wenig Mehl dazu, das ist allerdings freiwillig, das ist nicht unbedingt nötig. Es klebt einfach ein wenig besser, wenn noch ein wenig Mehl dran ist. Vielleicht so zwei, drei auch ein Löffel. Jetzt mische ich das Ganze gut miteinander. Die Kürbis-Rösti kann man auch einfach als Tetschli im Backofen machen. Jetzt eigentlich die Variante und dann natürlich auch noch die klassische mit dem Anfangen. Für die Backofen-Variante machen wir einfach feine Häufchen auf meinem Backblech mit Backpapier. Ich bepinsel jetzt die Oberfläche von diesen Tetschli noch etwas mit Olivenöl. Die Kürbis-Rösti kann man jetzt bei 220 Grad Umluft in den Ofen vielleicht eine 4-20 Stunden bis 20 Minuten. In einer Bratkamme tue ich Olivenöl erhitzen. Die Kürbis-Rösti kann man noch etwas mit dem Kürbis-Rösti geben. Wer will, kann der Kürbis-Rösti natürlich noch etwas mit dem Kürbis-Rösti geben. Das ist sicher auch sehr fein. Und jetzt gebe ich die Kürbis-Rösti in das heissen Öl. Die Kürbis-Rösti Die Kürbis-Rösti Wunderbar! Wunderbar! Während die Tetschli im Ofen noch im Braten sind, die Kürbis-Rösti und die Kürbis-Rösti die Kürbis-Rösti und 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 die Kürbis-Rösti Zusammen mit einer Kürbis-Rösti ist das ein Mittag, der einem normalen Rösti-Teller in nichts nachsteht. Einfach vegetarisch genossen ist das natürlich auch etwas Feins und etwas leichter. Es ist eine super Möglichkeit den Kürbis, der jetzt eine Saison ist, auf eine andere Art zu geniessen. Viel Freude und bis zum nächsten Mal! Tschau! Bis zum nächsten Mal! Tschau! 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 Bis zum nächsten Mal.